so meine lieben freunde seid herzlich willkommen zu einer aufnahme csgo ich nehme diesmal mit obs auf ich bin mal gespannt wie das so wird weil bis jetzt habe ich noch nie mit obs aufgenommen es kann auch sein dass ich jetzt kurz noch mal raus tappe weil ich gerade sehe dass die facecam doch kontakt und zu groß ist so die größe dürfte auf jeden fall reichen die neue das 2 ist herausgekommen und wird dann erst mal direkt matchmaking warum mache ich das also schon fleißig schießen ja so das ist dann also jetzt gut ich nehme jetzt aber auch mit obs auf und ich habe irgendwie ein hyping ich weiß nicht warum kann vielleicht noch runter gehen ich weiß es nicht auf jeden fall nehme ich habe ein hyping ist schon scheiße ich habe auf aufnahmen gedrückt und nicht auf streamen ja habe ich lell ich habe so ein hyping ich kriege den noch nicht mal runter hier keine ahnung was da auf jeden fall los ist ich verstehe es wieder mal nicht es ist komplett stupid voll wenn ich so ein hyping habe dann lohnt sich das ja gar nicht zu zocken leute ich verstehe es wieder nicht ich habe ultimativen hyping hyping des todes und ja also das bringt auf jeden fall nichts statt 12 mal vernünftige server raus ich guck mal kurz woran es liegen kann ich glaube es jetzt daran gelegen hat vielleicht dass ja ja was ich komplett nicht verstehe ist halt mein internet das liegt bei 100 ok da kannst du ein russischer sein gibt also keine andere möglichkeit als ein russischer zu haben also ich muss sagen das vom spielgefühl her ist das alte das 2 2 2 1 ja es bringt halt nichts sorry mein ping ich will be okay um um You like new dust? Yep. Normal dust to noi. Nothing in steps for you. Short, short, short. One more HP. Yep. Yep. One has 38 minutes left. Short. Big eyes golden short. And I just like this. So. Always like a high pink. And that's why I can't stream. If I can only 143. Hello. And yes. Some questions. Why don't you watch streams? Blablablabla. It's bad if you have such a bad internet today. The problem is that my mother is watching Netflix. And at that moment I can't do it. Because I have a 60.000er-leitung. I have to fix my internet the days. Because I think that's not normal. Bibiibi. Okay. Okay. Very nice. Haaa. What? Haaa happy. Once more. Bibiibi. Bibiibi. Lower. Right set. And then I play with 12-year-olds. And I can't do anything again. That's crazy. Ohne Witz. Every time I play with children, I win. Every time when I play with children, I lose. Or it's just my arm and ping. What is it? What is it? Oh, the Russian. Yeah. Or with Russian, of course. I don't have Russian. Only if you're shy. Nice. One short, one short guys. That's my BA. My ping is fucking. Long. Long bomb down. Oh, it's short. Oh, it's short, okay. Nice. The Flash. The Flash. Yeah, so I have a bit of the map analyzed. And I have to say. That the layout is always the old one. That's the two. But they have all of it on. And I have here, if you want to look. Net-graph. Graph 1. So, I also have about 100-200 FPS. Well, at OBS it looks a bit laggy. Because I just had 30 FPS. But on my 144 Hz monitor, it looks ultra-flüssig. However, as you can see, my ping. It goes up and to 160. And then. And the shit. There is also the smoke. Smoke. And that was Molo. Nice. Hmm. They have the tactical outside, right? That's crazy. So, the 1050T is already heavy. And I don't see any difference between... OBS and... ... ... ... OBS. Let's go. Okay, the smoke doesn't work. Okay, here we go. Deagle with. Deagle with. Okay. Nice. I also find the parts here cool. If they are so high. I come over T spawn. I hate my internet. Oh. Ohne Witz, hätte ich mein vernünftiges Internet, ja, wäre er schon in, keine Ahnung, binnen Sekunden dann gewesen. Und nein, ich muss ja mein Internet so hart rumlenken. Ach, regt mich das auf. Ja, aber die Smoke geht noch. Maybe one more in front. Ja, ich finde die Waffe auch ganz cool. Ich habe übrigens alle Einstellungen auf Medium oder auf High. That's one more long. That's one more long, maybe. He's going to be. Or is the bomb down. Oh, nice. Leute, ich habe vernünftiges Internet. Jetzt wird rasiert. Jetzt wird hart rasiert. Yo, alles klar, Diggi? Mein Internet ist ein bisschen broken. Aua. I can see. Woa. Woa. Loha. Es wird vielleicht sein. Oh, ich bin schmerzt! So, jederzeit! Die letzte Position war in der Mitte. Aber... Mein Internet ist zurück. Ich versuche jetzt mal den Bangspot, den Trillux mal in seinem alten Video gezeigt hat. Bin immer gespannt, ob der funktioniert. Bongo, please B. Ich fahre auf seinen Kopf. Einer ist T-Spawn AWPing. Nice dude! Sembr! T-Spawn AWPing. Der letzte Mann. Nice dude! So was meine ich zum Beispiel. Wir hatten letztens eine Runde, da haben wir 0 zu 7 geführt. Da dachte ich mir nur so, ja, ist ein easy win. Jetzt denke ich mir das nicht, weil... Im Nachhinein haben sie angemacht und haben gecheatet. Ähm... Was ich komplett nicht verstehe. Weil so gut waren wir eigentlich gar nicht, dass man uns cheaten muss. 1-Half, 6 HP. Mit, 2, äh, lower. 6 HP. Nice. Ich hab lange kein DAS 2 mehr gespielt. Also ich weiß nicht wie genau wie die pushen oder wo die entlang gehen. Ähm... Das weiß ich leider alles nicht. Nur ich merke gerade, auf jeden Fall mit OBS aufnehmen. Ist für meinen PC zu... äh, mit. Tibi. Bombs on the ground, ähm, lower. Ja, you see him. Hier ist, äh, Doris mit. Aufhinein. 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 Er kommt, äh, aus A. Ups. Durch die T? Ja. Nice, Junge. Alter. Wie der bing kann durch die scheiß Teil jetzt. Wie der bing kann. Heftig. 25 o'clock. Ähm, ich denke, er ist Windu. Ja, Windu. Nice. Hey, Snow? Oh, okay. Aber das ist okay. So. Ich reiß mich hier zusammen. Was? Coco! Hm. Let's go, people! Okay. Oh, lol. Die funktioniert hier alles nicht. Okay. Okay, vielleicht auch. Nice. T-Spawn, das ist der letzte. WP. Das hier finde ich so geil. Du kannst dir einfach direkt... Schau, place mit. B-B, check B. Guys, B plant. Behind. The bomb is on the ground. No, no. Ja, behind us. Silver. Right, silver. Okay, go, keep. Nice. Das Problem ist einfach nicht silver. Ich hab nicht gedacht, dass er schon so weit ist. Could someone drop me? Can you drop? Thank you. Okay, also der Enkel ist... Schick's out. Blue, check's out. I go, check's out. Oh, jetzt ist ein richtig geiles Move mit hier los. Achtung. Okay. Okay. I'm gonna see. Okay. Nice. No hit. Ich versteh's nicht. Ich bin noch... Ich bin noch... Ich bin gar nicht gesprungen. Wie kann ich denn da hoch springen? Green, gimme please a vp. Please zzzz. I kill too. Please zzzz. Please. I go in. I go in. I go long, long, long. I go long. Woah. It's long, guys. It's long. Guys, long. Go help. In the yellow... Long. Yep, long, definitely. Boop, boop. Ramp. Nice. Bomb is not spotted. Okay. Two guys long more. Maybe three. Connector. A bit. He's shot, ehm. Mit der Popcorn kannst du mich sogar nicht scrammen. Nice. Nice. Could you save? No, blue die. No. Keine Ahnung, warum ich bei solchen scheiß Gegnern, ähm... Ball ist von für Kacke. Ohne Witz, also... Ich habe einen 30er Pin jetzt. Green, green, please drop. Please. Ähm... Ich kann jetzt halt nicht mehr auf, ähm... Ja. Ne? Schieben. Sondern, ähm... Green. Blue, give drop please. Blue. Let's go, let's go. B. 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 B support, please. B. 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 100 gespielt. Mit Doors. Doors, right side, directly. Shoot. CT. CT dinged. Okay guys, we need three on A, two on B. Save the orb. Save it. Save. Was versteht der unter save nicht? Tja, du hast vorhin gekauft, ne? Mit deinem scheiß Scout. Jetzt kannst du dir nichts kaufen. Ich kann nicht hier spielen. Tunnel stinkt. Deploying flashbang. Headshot. 9 HP, maybe. Wow! Shoot! Oh, sorry. Nice, one more, one more. One more, yeah. Bomb down, nice. Thank you. Purple. Push me, push me. Last one B. Green, boost me, please. Boost me. Boost me. Boost. 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 Boost me. Jetzt weiß ich, warum ich nicht spielen konnte. Ich werde jetzt, äh, ich glaub, ab jetzt wird die Runde wieder besser, weil ich halt, ähm, Ufff. Hm... Ufff. Sch PHQ? Sch'tr du nistoig? Schliffe. Schläge. Schläge. Schöne. Schläge. Schrocs. 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 Du hast mich, Orange? Hier. Lower. Uh, was für die Richtung? Don't push, please. Uh. Nice. Nice menu. Guck mal. Mein Ping liegt bei 1,20. Wäre er von Anfang an da gewesen, wäre ich glaube ich in den Top 3 gewesen. Let's rush B. Okay. Ja, try it. Ähm, Fiori, du kannst mich auf die Kropke in der Mitte. Was? Okay. Du bist hier. Schau, einen runter, bitte. Ich plane schnell. Für Tunnel. Okay. Kann man den Sprung hier nicht mehr schaffen? Doch. Kann man. Ein bisschen zu inkompetent, wie ich das eigentlich immer in CS bin. Ich spiele gleich noch eine Runde mit dem Sigi. Against. Tray it again. Okay. Tray it again. Hm. Pit clear. Nice, danke. Car. Ah. Ein ist platteu. Ein platteu. Ein platteu. Äh, okay. Da, zwei. Eine weitere auf A-Side. A-Side. Presses die Sonne. A-Side. Leicht, neun. Nice. Warte mal, wie hat der Ding jetzt gesagt? Der... Scheiße, ist meine Cam die ganze Zeit verzögert. Naja, okay. Ähm, der Hand of Blood. Für Ehre. Oder irgendwas mit Ehre. Also ich muss bemerken, wenn man hier steht, muss die so raus. Das war's. Warte mal, gubi, gubi, gubi. What? I come over CT. Behind me. Ähm, sch... Mit. Mit. Left. Nice. Ähm, one is, äh, lower. Okay. Definitely. Lower right side, oder? Don't push, please. Could be CT. Yeah, lower. Behind you. Äh, on spot. Was ich auf jeden Fall gerade sagen wollte, ist auf jeden Fall, ähm, der hat ja PUBG gespielt und, äh, ja, hat der immer gesagt, für Ehre, wenn er einen, äh, kill gemacht hat. Äh, äh, let's try B. Well, jetzt kann man ja hier... Two B, guys. Schön. Wait. Lower, maybe. Uh, upstairs. He is pushing right side. Nice. Check. Shot. Green. One shot. Go, pli. Uh, go A, go A. Check, tunnel. Double tunnel. Green. Che, blue. Two on B. Purple. A. Tunnel, come. You, sir. Nice. Don't. Don't. What's going on? You, son. I, too, you, son. Check is born, check is born. Das regt mich einfach irgendwann auch aus, dass wir immer so geile Chancen weggeben. Keine Ahnung was da los ist. Äh, okay. Stand fast. If you can. No, no, you die. No, no, side side. Äh, door. Ah, nice punch. Ja. Ich glaube, dieser Lonely Lair ist, glaube ich, ein Smurfer. Ähm, kann ich jemanden dropen? Nein? Okay, Echo. Let's try long. Let's go, my brothers. Smoke! The guy is too big. What? I'm smoking here? Yep, ramp, 12 HP minus. Nice. HP green. No, short. Short one. Nice. Last ramp, last ramp. Last ramp. With orb. Guys. Guys. Go away. Short. Yeah. You can smoke on long. Whoa. Ah, three guys A. Long. Come, one push. Come on push. On doors. A long doors. Ja, das werden wir jetzt verlieren. Äh, after this loose round, we need Echo. Go, T-Spawn. Die klatschen aber auch derzeit, ne? Ähm. Why we have a bot? Oh, wow. Third area. Hold here. I will lead the way. Follow me, my friend. Third area. Smoke! Molotov! Three in one. Okay. Shot. One is left on one. Nice. Left. Oh, short. Das ist auf jeden Fall nicht gerade die aktuellste Situation. Okay. Ich weiß nicht, äh, also irgendetwas, also es kann sein, weil ich vorher noch auf, äh, 128 Tick gespielt habe. Ich weiß nicht, ob da irgendein Unterschied ist. Ja klar, gehen die Bullets schneller rein, ne? Wenn wir auf, äh, 28 Tick sind. Und, äh, es wäre immer besser, wenn die alle auf, äh, Deutsch oder Englisch sprechen würden. Ich hier nichts verstehe. Let's go! Sight, 26 HP Minus. Plant. Ich gebe es auf, ganz ehrlich. Ich gebe es echt auf. Und die Smoke und die, äh, Flash oder generell, was ich gemacht habe. Ich glaube, Mundo war das. Die war schon. Zucker. War doch klar, dass der Door geht. Ey. Ich hasse jetzt mit Zwölfjährigen zu spielen, man. Plattu. Und eine ist Stor. Oder WINDOW. Sight, Ridesight. Ich kann mich sehen. Hier ist WINDOW. Wir müssen auf, wunderschön. Passieren wir mal. KORASH, BE NONSTOP, PLEASE . war ja mein klees war ja mein leben ist wie die blut zu probiert Das ist ein Fakesmob. Loha, Loha, Loha! Ich wollte das hier ausprobieren. Ich setze mich jetzt einfach mal vernünftig hin. So ist der Green Screen richtig. Ähm, gegen die... Okay, also die Smokes funktionieren schon mal wieder nicht. Okay. Excuse me. Okay. 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 Hey. Okay. 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 I think this is blue guy has me mute Is it minimal wear? Muss ich gleich mal nachgucken Go B, be clear, go B guys Maybe on spot, elevator maybe Wait I flashed I say I flashed Short Stand Hello? Hello? Bomb, bomb, bomb Nice dude, thank you for the nice place So, kaum konzentriert man sich mal vernünftig Läuft das auch wieder? Huch? Hört man mich noch? Hallo? Ich weiß jetzt zwar Na gut, ich hab mit Abstand Die schlechtesten Punkte Aber passt schon Hauptsache im Team sind wir gut Man muss, soweit ich weiß Kann man sich hierhin stellen Und die Smoke rauswerfen So Dann kommt ihr auf jeden Fall an der Seite entlang Ah, ein ist Pit Ehh, ein ist Pit Right side Nice Plänt Plänt Achso, ich habe die Bombe Okay Plänt für lange Oh 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 One ist on spot, on spot It's for long It's for long For long plant He defused Behind you Long Last long Last long 20 HP maybe Nice Thank you for playing GG Äh, okay The owner is my home Kann man mal machen Gut Leute Es war eine grottige Spielsituation für mich Ähm Sorry Tut mir leid Aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Video auf Video und Daumen hoch Äh, würde mich auf jeden Fall sehr sehr freuen Und die waren alle Gold, aber Ja, ist in Ordnung Gucken wir mal kurz, was das für eine Collision ist hier Ich glaube ja, das ist äh Fehltestet oder abgenutzt oder was auch immer Ja, so sieht die aber auch aus Gut Dann würde ich sagen, haut rein Bis zum nächsten Mal Was? Gut Und tschö, Mittel Tschuu